In diesem Video wollen wir die Säurebasetheorien besprechen. Es gibt bis zum Abitur in der Schule zwei Säurebasetheorien, die ich hier kurz vorstellen will und die wir uns hier anschauen wollen. Die erste Säurebasetheorie geht zurück auf den Chemiker Arrhenius. Arrhenius hat diese Säurebasetheorie 1887 erstellt. Für Arrhenius sind Säuren die Stoffe, die im Wasser zerfallen und dabei Haplusionen bilden. Also wenn ich einen Stoff habe, der im Wasser zu H-Ionen zerfällt, ist das eine Säure. Im Gegensatz dazu sind Basen dann die Stoffe, die im Wasser zu OH-Ionen zerfallen. Am besten kann man diese Theorie an Beispielen erklären. Schauen wir uns zunächst einmal ein paar Säuren an und versuchen mal zu ergründen, was Arrhenius gemeint hat. Schauen wir uns mal dazu die Salzsäure an. Die Formel für die Salzsäure ist HCl. Wenn HCl, das Gas HCl, im Wasser gelöst wird, bilden sich im Wasser H-Ionen und Cl-Ionen. Diese Cl-Ionen, diese Anionen, nennt man Säurerestionen und das H-Ionen ist das Säureion. Denn nach Arrhenius zerfallen ja Säuren im Wasser zu H-Ionen. Das passiert hier, also ist nach Arrhenius das HCl eine Säure und zwar ist es die altbekannte Salzsäure. Eine zweite Säure, die wir kennen, ist die Flusssäure. Die Flusssäure ist ein Fluorwasserstoff und auch das ist ein stechendes Gas. Wenn man das ins Wasser leitet, dann entstehen im Wasser H-Ionen und Säurerestionen, in dem Fall hier Fluoridionen. Und auch das HF bzw. das Fluorwasserstoff ist eine Säure nach Arrhenius, weil sich hier im Wasser H-Ionen bilden. Schauen wir uns mal ein paar weitere Säuren an und wir sehen, dass bei allen Säuren H-Ionen entstehen. Hier also bei der Salpetersäure, das zerfällt im Wasser zu H-Ionen und dem Säureanion Nitrat hier, Nitrationen. Und es gibt auch Säuren, die in zwei Stufen zerfallen, wie zum Beispiel hier unsere Kohlensäure, die dann zu 2H-Ionen zerfällt. Aber immerhin ist das immer noch H-Ionen und zu einem Säurerestion, was wir Karbonat nennen. So, nach Arrhenius sind also diese Stoffe Säuren, weil sie im Wasser alle H-Ionen bilden. Das ist also die Definition einer Säure nach Arrhenius. So, jetzt kommen wir zu den Basen. Wir sehen hier die Natronlauge NaOH. NaOH zerfällt im Wasser zu Na+, und OH-. Und nach Arrhenius ist das eine Base, weil hier OH-Ionen entstehen. Und die positiven Ionen, die Kationen, nennt man dann Laugen-Restionen. Genauso hier bei der Kali-Lauge. KOH zerfällt in K+, und OH-. Und Magnesium-Lauge zerfällt also in Magnesium-2+, und 2 mal OH-. Bei Laugen entstehen also immer OH-Ionen. Und das ist dann also nach Arrhenius eine Base. So, diese Säure-Base-Theorie von Arrhenius ist eigentlich relativ einfach und auch gut zu verstehen. Aber sie kann einige Sachverhalte nicht richtig erklären. Wir haben nämlich das Beispiel hier mit dem Ammoniak. Das ist ein stechend riechendes Gas. Das ist ein giftiges Gas. Wenn man das Ammoniak in Wasser löst, entstehen auf einmal OH-Ionen. Das heißt, es entsteht eine Lauge. Und das ist so ein bisschen komisch, weil in NH3 sind ja keine OH-Moleküle vorhanden. So wie zum Beispiel bei der Natronlauge. Da ist ja von vornherein in dem Molekül das OH drin, was sich dann später im Wasser abspaltet zu OH-. Und dieses OH haben wir eigentlich in NH3 nicht. Wie kann sich also trotzdem hier OH- bilden? Das kann man mit der Arrhenius-Theorie nicht erklären. Also wurde eine zweite Theorie nötig. Und das lieferte dann Bronsted zusammen mit einem anderen Chemiker. Lovry heißt er. Aber dieses Lovry, der kommt eigentlich gar nicht vor. Das Ganze ist mehr nach dem Bronsted benannt. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Aber das nennt man also die Bronsted-Theorie. Und die will ich euch jetzt auch nochmal erklären. Denn sie erklärt die Säure-Base-Eigenschaften eines Stoffes ein bisschen anders. Kommen wir jetzt zu der Bronsted-Theorie. Nach Bronsted sind Säuren, Protonen, Donatoren. Donatoren, das Wort kommt von Donare, aus dem Lateinischen und heißt Schenken. Also sind Säuren die Stoffe, die Protonen verschenken bzw. abgeben. Im Gegensatz dazu sind Basen Protonen-Akzeptoren. Sie akzeptieren bzw. nehmen also Protonen auf. Das ist die grundlegende Theorie von Bronstedt. Und bevor ich das jetzt an einzelnen Beispielen nochmal erkläre, will ich auf die Protonen eingehen, die hier gemeint sind. Und diese Protonen, damit meint man eigentlich die H-Plus-Ionen. Ich will das mal ganz kurz hier erklären. Wasserstoff hat ja im Normalzustand ein Elektron auf der Außenbahn und ein Proton im Kern. Verliert jetzt Wasserstoff seinen Elektron, entsteht ein Wasserstoff-Ion. Und dieses Wasserstoff-Ion hat nur noch ein Proton im Kern und sonst gar nichts. Also kein Neutron und keine Elektronen mehr. Und deswegen spricht man bei H-Plus-Ionen auch von Protonen. Also diese Protonen, die hier gemeint sind, die meinen hier die H-Plus-Ionen. Nach Bronstedt kann nur eine Säure mit einer Base reagieren. Und aus dieser Reaktion entstehen Produkte, und zwar jeweils wieder eine Base und eine Säure. Und damit wir die Basen und die Säuren, die hier als Produkte entstehen, von den Säuren und Basen bei den Edukten unterscheiden können, schreibt man also jetzt bei den entstehenden Säuren und Basen noch das Wort konjugiert davor. Also es entsteht eine konjugierte Base und eine konjugierte Säure. Schauen wir uns mal hier ein Beispiel dazu an. Wir haben hier die Flusssäure nochmal, das Fluorwasserstoff. Das ist eine Säure, denn das Fluorwasserstoff kann hier ein H-Plus abgeben. Und da es nach Bronstedt ein Protonen-Donator ist, also ein Wasserstoff-Ion abgeben kann, ist es eine Säure. Und wenn die Flusssäure hier das H-Plus-Ionen abgeben kann, dann bleibt ein F-Minus übrig. Und das ist dann die konjugierte Base. Das heißt, aus der Reaktion wird aus der Säure immer eine konjugierte Base. Und zwar passiert dann immer Folgendes, dass immer ein H abgegeben wird bei der Säure. So, diese Säure, dieses H verschwindet dann natürlich nicht irgendwo in der Nirvana, sondern sie geht dann zu H2O und das ist dann in dem Fall eine Base, denn das H-Plus von dem HF verbindet sich mit dem H2O und es entsteht ein H3O-Plus. Das heißt, das Wassermolekül H2O hat das H, also dieses Proton, akzeptiert, hat es aufgenommen und ist dann zu H3O-Plus geworden. Deswegen ist H2O in diesem Beispiel die Base und die Säure ist das HF, weil es, wie gesagt, das H abgegeben hat. So, die konjugierte Base ist dann also immer der Rest, der übrig bleibt, wenn die Säure dieses Wasserstoffion abgibt. Und die konjugierte Säure ist immer dann das Produkt, was entsteht, wenn dieses Wasserstoffion sich mit diesem anderen Stoff oder mit der Base verbindet. So, schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Wir haben hier Salpetersäure. Die Salpetersäure ist in der Lage, das H hier abzuspalten und abzugeben. Deswegen ist es nach Brönstedt eine Säure. Und das H2O ist in der Lage, dieses abgespaltene H-Plus-Ion aufzunehmen. Wenn aus HNO3, aus diesem Molekül, das H abgespalten wird, bleibt ein NO3-Anion übrig. Das ist dann die konjugierte Base. Also aus der Säure entsteht immer die konjugierte Base. Und zwar ist es dann immer das Molekül, was dann den Wasserstoff verloren hat und das nicht mehr hat und zu einem Anion wird. Und die Base ist immer der Stoff, der das H-Plus aufnimmt und dann hierzu eine Säure wird. Und zwar in diesem Falle zu der konjugierten Säure H3O+. So, mit dieser Theorie kann man jetzt endlich auch diesen Sachverhalt erklären, dass wenn das Ammoniak sich im Wasser löst, auch eine Base entsteht. Und jetzt haben wir hier das Wasser als Säure. Wir hatten eben Wasser als Base. Wasser kann sowohl als Säure als auch Base fungieren. Deswegen nennt man das Ampholyte. Ein Ampholyt ist also ein Stoff, der je nach Lage mal als Säure und mal als Base in die Reaktion eingehen kann. Also in diesem Falle ist die Säure das Wassermolekül und die Base ist das Ammoniak NH3. Denn das Wasser ist in diesem Falle hier in der Lage, ein H-Plus abzugeben. Wenn das Wasser ein H-Plus abgibt, entsteht eine Base OH-. Und das Ammoniak nimmt dann das H-Plus auf und es entsteht die konjugierte Säure NH4+. So, das ist also die Bronstedt-Theorie. Ganz einfach, Säuren geben Protonen, also H-Plus-Ionen ab. Basen nehmen H-Plus-Ionen auf. Und wenn eine Säure dann reagiert, entsteht eine konjugierte Base. Das nennt man Basen bzw. Paare. Und eine Base, die dann einen Donator aufnimmt, fährt zu einer konjugierten Säure. Hier entstehen also Paare. Und zwar reagiert die Säure zu einer Base und die Base zu einer konjugierten Säure. Und zwar reagiert die Säure zu einer Konjugierten Säure.